Als erstes Land in Asien hat Thailand Cannabis legalisiert. Der Konsum hat seitdem stark zugenommen, auch zur Freude vieler Touristen. Aber nicht alle Thailänderinnen und Thailänder sind da begeistert. Eine Cannabis-Kneipe mitten in der legendären Chaos-Sunroad in Bangkok. Das Licht grasgrün gedimmt, die Luft süßlich rauchgeschwängert. Der Barkeeper präsentiert uns sein Menü. Wir haben hier die Indica- und Sativa-Sorten mit unterschiedlichem THC-Gehalt. Je nachdem, wie stark die Wirkung sein soll. Einfach auswählen und genießen. Auch deutsche Gäste sind ganz angetan vom Sortiment. Auswahl und Beratung viel besser als zu Hause, wo man irgendeinen Stoff bei irgendeinem Dealer kauft. Man weiß halt nie, was man bekommt. Ich gehe auch nicht an eine Bar und bestelle einmal Alkohol und bekomme irgendetwas serviert. Sondern ich suche mir genau das aus, was ich möchte. Für Feierwütige aus der ganzen Welt ist Cannabis mittlerweile ein Touristenmagnet. Kiffen kann man an fast jeder Ecke. Viele sind auch wegen Weed in Thailand. Bei Urlaubern kommt die Legalisierung meist gut an. Fantastisch ist bei uns in Kalifornien auch legal. Großartig, dass sie es hier auch machen. Die Leute geben viel Geld aus für Cannabis. Zusammen mit dem Essen und der Musik, das passt doch super. Was viele hier in vollen Zügen genießen, ist nicht immer auch legal. Fertige Joints zum Beispiel dürfen Händler in Thailand eigentlich nicht verkaufen. Ebenso wenig Cannabiskuchen oder Haschkekse. Kiffen in der Öffentlichkeit eigentlich verboten. Getan wird all das trotzdem, weil keiner kontrolliert. Sie regt sich darüber auf. Kitty Schopaka betreibt einen Shop im Szeneviertel Shukumfit. Bei ihr gibt es Cannabis und Zubehör. Sie legt Wert auf gute Beratung. Die Hanfaktivistin hat die letzte Regierung beraten bei der Legalisierung. Doch was dabei am Ende herausgekommen ist, damit ist sie unglücklich. Es nervt einfach. Ich fände es besser, wenn die wenigen Regeln, die wir haben, wenn die besser kontrolliert würden. Wir wissen doch, wie schlimm es ist, wenn da irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, wenn Cannabis ohne richtige Tests verkauft wird. Das ist ja der Grund, warum es illegal ist, sowas zu verkaufen. Aber ohne die Shops zu kontrollieren, die so einen Stoff verkaufen, geraten Leute möglicherweise in Gefahr. Wohin sowas langfristig führen kann? Zum Beispiel in den Drogenentzugstempel Wat Kamtrabok, zwei Autostunden nördlich der Hauptstadt. Über die Grenzen Thailands hinweg auch als Kotztempel bekannt. Hier bekämpfen Abhängige ihre Sucht auf die harte Tour. Mönche mixen einen ekelhaften Kräutertrunk. Die Patienten bekommen ihn täglich und müssen sich übergeben. Das soll den Körper von innen reinigen, vor allem aber den Willen stärken. Seit Jahrzehnten kommen Menschen in den Therapietempel. Doch seit der Legalisierung von Cannabis in Thailand haben die Mönche etwas bemerkt. Die Zahl der Cannabissüchtigen ist seit der Legalisierung deutlich gestiegen. Vorher haben die meisten andere Drogen genommen, aber kein Cannabis. Jetzt, wo das frei verkäuflich ist, nehmen sie zum Beispiel Heroin und Cannabis oder Crystal Meth und Cannabis. Und wenn sie die Drogen kombiniert haben, dann ist es für uns viel schwieriger, sie hier erfolgreich zu behandeln. Konkrete Zahlen sammeln die Mönche im Drogentempel noch. Sie sind bislang nicht repräsentativ, aber der Eindruck verfestigt sich. Zurück in Bangkok. Hier haben Experten systematischer dokumentiert, was die Freigabe von Cannabis für Folgen hat. Rasmon Kalayaziri leitet die Psychiatrie im renommierten Uniklinikum. Ihr Fazit nach einem Jahr Legalisierung in Thailand. Es probieren mehr Leute als vorher Cannabis aus, nehmen es also zum ersten Mal überhaupt. Und vor allem der Anteil junger Konsumenten unter 20 Jahren ist gestiegen. Von knapp einem Prozent auf fast zehn Prozent. Deutlich mehr als vor der Legalisierung. Die Folgen sind hier die gleichen wie anderswo auf der Welt. Psychosen, Suchterkrankungen, Rückfälle. Die Ärztin sieht im Freizeitkonsum nur Nachteile. Von der Legalisierung für medizinische Zwecke ist sie dagegen überzeugt, zum Beispiel beim Einsatz in der Schmerztherapie. Insgesamt haben sich in Thailand viele wirtschaftliche Hoffnungen in Rauch aufgelöst. Auch Keti Chopaka sieht die Zukunft nicht so rosig. Dabei verkauft sie täglich mit Leidenschaft. Riech mal hier, wie gefällt dir das? Und dann nimm zum Rauchen besser Kaffeeblätter anstelle von Tabak. Die neue Regierung in Thailand denkt mittlerweile sogar wieder über ein Verbot des Freizeitkonsums nach. Keti ist dagegen überzeugt. Grundsätzlich ist die Legalisierung der richtige Weg. Es muss doch klar sein, dass nicht jede Antwort ein Nein sein kann. Wenn jemand sich für Cannabis entscheidet, ist es dann nicht besser, wenn ich den Leuten das richtige Wissen mitgebe? So muss ich das nehmen, so kann ich mich dabei kontrollieren. Das ist die richtige Menge und die Zubereitung. Wie vermeide ich eine Überdosierung? Das ist doch viel besser, als einfach nur zu sagen, nein, das ist schlecht. Eine hitzige Debatte auch in Thailand. Für alle, die sich gerne eine Bong in Bangkok genehmigen, sind die Verhältnisse geradezu paradiesisch. Bei Medizinern, Juristen und besorgten Eltern ist dagegen Katerstimmung angesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020